guten tag hier ist der guzua wieder mit einem neuen angriff jetzt geht es immer wieder so angriff angriff angriffe los weil ich halt gerade echt noch schön im boost bin den sollte man natürlich mitnehmen und dann könnte es natürlich auch was die zahl hat weiter gezählt obwohl ich schon angegriffen habe jetzt habe ich ein heiler zu viel gesetzt so gucken wir mal wir hauen mal hier ja nun kommen aber auch wieder nicht alle jetzt wirklich jetzt muss ich echt daran denken wirklich nicht alle bogies halt wirklich noch ein bisschen was reserve lassen knirsch da aber jetzt könnte der magier tonati zack wenigstens kaputt gemacht genau und die tesla kommt mir natürlich richtig entgegen weil die dann natürlich die queen rein lockt hoffe ich mal zumindest so hier geben wir mal schon ein paar schweinchen und ja hier noch schnell die bogies weg pfeffern und die cb weg machen hier dann sollte das nämlich mit den alter was kommt dann ach so ok das sind bogies ok dann läuft so rum ja ok dann lassen wir so rumlaufen ist jetzt nun mal nicht anders hier hauen wir noch mal die zwei heiler raus so und dann weil ich möchte schon gerne noch das town hall muss ich jetzt echt mal sagen na nun geh rein mäuschen guck mal was der papa für dich hat ich habe die drei schweinchen noch das ist ganz nett ich habe noch zwei rage das ist ganz okay alles ich will die schweine nicht direkt in den magiaturm rein rennen lassen hier gucken wir mal ob wir die riesen ein bisschen unterstützen können queen geht jetzt gleich down die gegnerische ja oh das war sehr gut ja riesen sind down das ist aber egal ich bin da wo ich hin wollte und zwar town hall geht jetzt auch gleich down lassen wir die mal hier rüber hüppeln naja aber wie gesagt beim beim magiaturm ja oder so die kommen erst gar nicht dahin so jetzt gucken wir aber das sollten wir auf jeden fall noch hinbekommen hier die 50 prozent ah die luftabwehr ich habe wieder mal die die rechnung ohne die luftabwehr gemacht dann lasst uns mal schnell hier weiter rennen weil noch sind sie mit mehreren unterwegs hier da kann sie noch gut heilen oder da können die noch gut heilen aber das wird dann immer schlechter 43 also ich würde die queen auch auf jeden fall riskieren jetzt ich hau noch ein reich raus weil die halt wirklich noch gerade so am heilen sind dieses noch ist nicht mehr lange 48 ich denke im richtigen moment gerage auf jeden fall passt hier haben wir gleich die 50 prozent die jo und mehr will ich gar nicht bevor die mir dann komplett kaputt geht ist das okay das läuft dann gucken wir noch mal ach kommt leute ja das das läuft hier ganz gut okay dann gucken wir noch mal machen wir hier noch mal einen kleinen bogen check da haben wir ich würde mal sagen das soll tobinator heißen sehr schöne pokie base mit beziehungsweise mit hinblick logischerweise auf ja dass das dunkle definitiv schützen das ist noch mehr dir zumindest jetzt noch mehr wert als dein townhall würde ich jetzt sagen weil sonst hätte es das townhall direkt mittig und dann eventuell nur das dunkle davor ist eine gute variante noch mal hier kurz an dich die frage die wie sieht es aus wenn du jetzt die die def hast ich sage jetzt mal hattest du die variante schon dass einer von hier zum beispiel mauerbrecher gesetzt hat die sind doch dann erst hier rein oder da rein richtig nur mal so kurz als frage würde ich jetzt gerne mal wissen wollen weil das ist ja dann nämlich geht mir auch immer selber so als mauerbrecher setzen der dass man halt eben wirklich denkt ach naja die werden schon rein rennen die werden schon rein rein und dann nene arschlecken feuerwerk nix ist davon sondern die ballern erst mal den rest hier kaputt helden passen zum level vollkommen in ordnung schön gemäxt soweit komplett gemäxt hier die haben war soweit gestellt vollkommen richtig wobei ich aber sagen würde den noch was weiter darin ich gehe mal davon aus dass hier schön eine armada von teslas haben aber die sache die halt der pustet halt raus was ja vollkommen richtig ist aber der ist nicht mehr in der range dass er überhaupt die luftabwehr schützen kann hier vollkommen in ordnung ist noch gerade so in der range ansonsten passt ditte hier ist die kombi gemacht dass du sagst gut okay komm ich will sie beide auf boden haben wenn du wirklich nicht oft von luft angegriffen wirst vollkommen in ordnung hast du meinen daumen nach oben wenn das doch mal der fall sein sollte bist du natürlich mit boden luft besser dran eine ganz klare nummer klar aber ansonsten mir wäre es hier ein bisschen zu weit zu zu sehr offen aber ich sag mal du hast hier natürlich auch gleich schön wenn einer von vorne kommen sollte wenn jetzt einer in kristall 1 was sehr unwahrscheinlich ist aber mit hier schön kobe es ankommt könnte der natürlich dich hier wegnaschen aber du hast schön den magiaturm direkt vor der öffnung und der würde dir natürlich dann richtig gut dabei helfen auf jeden fall nö das passt das ist cool läuft auf jeden fall schön die helden weiter hoch machen und dann wie du es halt machst jetzt die mauern schön und hier sieht man eben auch das in anführungsstrichen unwichtige halt noch mit achtermauern und das wichtige halt wirklich mit den neunermauern schon durchgemacht einwandfrei läuft so soll das sein gucken wir mal hier ob wir noch was finden so genau hier können wir gleich noch mal ein bisschen gucken wir mal ob wir selber noch was spenden können magier oder bogies das soll ja nicht heißen dass ich hier nicht spende def du heißt sascha und bist im royal fighter sascha das kennen wir ja schon mittlerweile eine menge 119 für 119 sag ich jetzt schon mal so wenn ich 119 sehe erwarte ich def mäßig komplett ausgemaxt da sehen springen mich natürlich gleich die xpos an die halt noch nicht gemäxt sind aber das ist soweit in ordnung weil du halt die mauern schon auf 9 hast komplett da hast du halt mehr so den fokus darauf gelegt das passt du hast aber mit 10er mauern noch gar nicht angefangen von daher denke ich mal wirklich hast du dir gesagt okay jetzt erst mal wenn ich jetzt mit den mauern durch bin dann erst mal die def komplett maxen und dann geht's weiter wie gesagt wenn dein plan aufgehen soll dass du halt sagst gut okay ich maxe mein townhall 9 denk bitte unbedingt an die helden dass du halt wirklich sagst gut okay komm jetzt die helden hoch weil wirklich es geht dann mit den mauern schneller als man denkt also es sind nur drei millionen für eine 10er mauer das ist nicht so viel das ist nicht so viel und man denkt immer naja passt schon passt schon sonst sitzt du am ende da hast halt wirklich die mauern sogar schon durch und hast zum beispiel die helden dann auf 20 nur so also das ist jetzt keine unterstellung dass ich sage ja das ist garantiert bei dir so sondern denk an die helden dann lieber ein bisschen mehr die helden also so immer versuchen wirklich also bis zu 20 sage ich mal ist das locker drin bei dir auf jeden fall immer ein held schlafen zu haben bis auf level 20 dann wird es nach und nach ein bisschen schwerer weil es halt ein bisschen teurer wird aber ansonsten kein thema ansonsten hier relativ freigestellt finde ich für eine normale in anführungsstrichen also ist ja sieht ja schon nach pokie base aus aber du bist ja in gold 1 also da ist ja noch nicht so viel mit pokies farm da ist es für mich halt einfach ein bisschen sehr offen muss ich sagen also weil wenn man drin ist ist man dann halt einfach auch drin ich kenne natürlich deine fallen nicht aber hier halt eben auch du hast hier sozusagen in anführungsstrichen zu viele mauern mach es bitte auch so dass du ich sage jetzt mal hier zum beispiel weil es sich hier schon wirklich ein bisschen enger wird sage ich mal dass du halt hier noch eine mauer irgendwie rein ziehst und dann halt sagst gut okay kommen daneben noch eine springtrap und dann passt das dass du halt wirklich die sechs die 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 scheiße jetzt 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 weiß ich gar nicht mehr sind das sechs nee das sind doch vier oder scheiße ich bin schon so durch vier springtraps oder dass man die drinnen hat sage ich jetzt mal moment jetzt nee nee ich kann mit dem account nicht geht nicht ich glaube vier ich gucke gleich noch mal nach aber dass du auf jeden fall in jedem viertel der base mindestens eine hast weil du halt wirklich 15 einheiten damit wieder komplett außen aus dem anker reißen kannst also wirklich riesen rennen innen drin herum dann sind es oben drei riesen weniger dann sind es hier drei riesen weniger und so weiter und so fort brauchen wir uns nichts vormachen damit kannst du halt richtig richtig punkte machen weil sonst ist deine base zu sehr offen für meine verhältnisse aber ansonsten schön dass es soweit gemäxt hast das ist gut wie gesagt exposed noch mal ich weiß es kostet viel auf level drei aber es ist es wert es ist es einfach wert auf jeden fall gucken wir mal weiter zum nächsten ich gucke mal gerade selber jetzt noch mal weil wir sagt das wohnt mich jetzt gerade weil ich es jetzt echt gerade wirklich nicht im kopf habe sechs springtraps waren doch sechs okay wollte ich bloß halt eben noch mal richtig stellen nicht dass man da sitzt ah Mist was erzählt der denn und das will ich auch nicht auf keinen fall so dass wow okay man merkt halt wirklich im boost auf jeden fall aber sind natürlich auch dann logischerweise die pokys auch wieder ein bisschen nach oben gegangen und ich habe auch schon wieder 1,4 millionen gold obwohl ich ja einfach mal so schon wieder eine mauer mit gold und auch mit alex gemacht habe aber wie gesagt mit den schweinen das gefällt mir richtig gut und halt den minions zusammen klar in level 10 geschlossen und name kann man nicht lesen aber bin in meister 3 okay meister 3 ja da geht natürlich noch mehr ganz klar ja also ich würde mal sagen ist halt wirklich mittlerweile halt gem mit rathaus 8 ist ohne probleme drinne ganz ganz ohne probleme und man sieht hier du bist halt auch wieder gemakst und jetzt die frage natürlich die warum du noch nicht hoch gehst du kannst die valkyre noch einen hoch machen das weiß ich und du kannst auch noch die luckys hoch machen ich bin der meinung ich weiß es gerade echt sorry schlag mich nicht für die heiler das weiß ich gerade nicht also da kannst du noch hoch machen das heißt dafür kannst du ja dein sorry wie gesagt beim beim dings weiß ich es nicht beim beim heiler weiß ich es nicht hundertprozentig aber dafür musst du auf jeden fall noch dunkles farmen und jetzt stehst du natürlich da und hast halt hier alex hast aber wiederum zum angreifen halt relativ viele dunkle truppen mit bei wo ich sage hm das würde ich nicht machen weil du bremst dich jetzt damit momentan ein bisschen aus ist meine meinung dass du halt sagst gut okay ich nehme halt die dunklen truppen und fertig bloß somit kommst du natürlich auch nicht weiter du hast hier auch das dunkle draußen zu stehen also du hast du sammelst es auch nicht jetzt gucke ich gerade doch du bist gerade im labor am start ja okay also hast du es gerade gemacht deswegen hast du das dunkle hier am am rock zipfel das heißt machst du gerade die den ausbau aber hier sieht man halt wirklich sonst ist halt wirklich schwierig man hat dann das normale alex und sitzt da und was soll ich damit machen ich kann nichts mehr damit anfangen aber wie gesagt sonst ist die base auch eh maxed ganz ehrlich meine meinung wäre dazu halt wirklich schon hoch gehen schon wirklich auf auf townhall 9 okay du hast hier noch die paar mauern aber ganz ehrlich es dauert ja auch bis das rathaus fertig ist muss man ja auch bedenken also wenn man dann nämlich dann da sitzt und dann oh Mist jetzt hier ich weiß nicht wie viele tage sind es 10-12 tage sitzt du dann da und brauchst fürs upgrade das ist natürlich dann auch nervig ansonsten kurz zur base einzelschaden da hinterfläche so wollen wir das sehen so muss das sein richtig gut verteilt base layout einwandfrei da gibt es nichts zu rütteln hier schön fläche fläche einzel einzel super gut einfach gut gemacht den hast du ein bisschen was verschenkt aber komm ganz ehrlich oh hier hast du aber ein bisschen was nein einwandfrei passt braucht man gar nicht meckern geiles base layout wie gesagt ob man das jetzt haben möchte oder nicht ist die nächste frage halt du kannst es natürlich so als eine art trap nehmen dass du halt sagst gut okay komm hier müssen sie sich richtig lange aufhalten weil die halt gute health points haben die lager dann ist das natürlich auch eine gute sache da würde ich aber eventuell sagen hau doch die kaserne noch dahin dass der boogie turm halt richtig gut reinballern kann vielleicht aber wie gesagt das ist heulen auf oder nörgeln auf höchstem niveau das passt auf jeden fall alles in ordnung gute base und läuft mach weiter so das war es von mir ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns ja jetzt ist es erstmal das letzte video für heute für den montag ich schneide dann logischerweise alles noch und dann war es das also wie gesagt heute habt ihr mich noch vom 11.2. gesehen wie gesagt hier auch wieder so eine sache ich mach da kein hehl drum dass ich halt vorproduziere ganz klare geschichte und das ist so und dann bleibt das auch so ich wünsche euch was ihr haut rein ciao ciao